Wenn hier nicht alles so da rauf wäre, würde ich den Tiger wieder halt sogar sehen und bekämpfen. Ja, der ist hier. Ah, ich seh den hier. Achtung, ich jag das Ding hoch. Oh, danke. Ich hab ne gar nie gebaut. Die kommen schon wieder aus nördlicher Richtung. Sonst habe ich hier einen erwischt. Ja, hier war ein Außenposten. Der ist weg. Hier ist eben einer aufgetaucht, praktisch. Einfach aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie lange der da schon war. Ping nochmal. Also hier vorne direkt war der plötzlich. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, ich guck. Ich glaub der auf Ping ist tot. Hier sind weitere. Ja, einen hab ich erwischt. Die müssen ja wohl einen Spawn haben hier in der Ecke, Cheffe. Gut, dann mach ich mich mal auf den Weg. Ein Aufping ausgeschaltet. Den Aufping hab ich. Ja. 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 Müssen wir das Caprace gewinnen, oder? Wie bitte? Das Caprace müssen wir jetzt gewinnen Ich bin ein Verbeidigter das ist die Verbeidigung Das ist ein Verbeidigter Ich muss mich nicht ansehen Achtung, Granate. In der Fabrikhalle liegt oben ein MG drinnen Ich sag schon mal GG, siehts aus als er mal gewinnt. Ja, das Boot ist dran, scheiße, GG. Ich glaub ich hab Supplies gefunden, aber die sind feindlich. Da drüben ist ne Feind gar nicht, oder was? Ah, schön. Kirk steht davor, Kirk mach sie weg. Ja. Keine Mauer. Achtung, ich jag das Ding hoch. Die Supplies brauche ich auch gleich. Hier ist auch noch einer mit der K in der Nähe. Hier ist noch irgendwo einer mit der K glaube ich. Oder war das unser Scharfschütze? Welche? Geschossen? Der hier einfach mit dem Repetiergewehr rumrennt. Ich hab deinen Lieblingsoffizier besorgt. Den einzigen Englisch sprach ich am ganzen Server. Shoot, shoot. Shoot, shoot. Soll ich gegen die Hecke schießen, oder was? Damit, ich hab keinen Englisch. Ah. Ich hab nen Verbündeten abgeschossen. Hat irgendwer, hat irgendwer Raketen, Muni? Ich kann dich wieder leben, aber... Äh, ne, ich bin leider nur Supplier 1. Ich geh. Ich shoot. Ähm, wir haben nen guten Offizier gerade nicht. Ich shoot, ich shoot. Ich glaub außer shoot kann der auch nix sagen. Und das was so fleißig irgendwo dran hietet. Wenn ich nicht alles voller rauf werde, würde ich den Tiger vielleicht sogar sehen. Und bekämpfen. Äh, der ist hier. Ah, ich seh ihn. Jetzt ist alles voller rauf. Ist geplatzt. Jawoll. Tiger ist geplatzt. Wie, der bringt nur 112 Punkte. Was soll der Scheiß? Bring mir mehr Punkte, du blöder Panzer. Kann ja nicht sein, dass ich nur noch 200... dass ich nur noch 200 Punkte vom Offizier auf 10 weg bin. Ich weiß nicht, ob du mich wiederbeleben kannst, als du noch als Sandy rumrennst. Äh, nein, ich bin direkt hinter dir abgeschossen worden. Du bist auch als Sandy tot umgefallen. Alles klar. Sag mal, was ist denn unser Offizier für'n Heinz, bitte? Frag ihn das doch mal. Was bist du für'n Heinz? Hast du ihn jetzt ernsthaft gefragt, was er für'n Heinz ist? Na klar. Oh Gott. Vielleicht ist er ja Heinz Ketchup. Dann... Will ich's mir nicht für den Fassraum. Es grüßt mal wieder das absolute Super-Niveau. Niveau, da steckt das Wort wo nicht umsonst drinne. Irgendwo auf Ping schießt, glaube ich, ein Feind durch die Landschaft. Und meine Meldungen waren auch schon mal militärisch präziser. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, vor allem da schießt ein Feind durch die Landschaft. Das ist eine sehr militärische Ausdrucksform. Ah, nee, ich hab's genau gesehen. Da war gerade ein Streamer unterwegs, der hat zwei Sekunden ohne Overlay gespielt. Du? Wo? 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 Wohin muss ich erschießen? Ich brauch' noch so'n bisschen Videomaterial für'n Video, was eh zu kurz war. Da ist die Runde gerade perfekt. Fuck. GG, guys. Ich versteh' sein englisches GG'n. Ich kann das nochmal auf Deutsch wiederholen. Schön, dass du da bist. Nobody streamst du? Nein, ich streamen nicht. Sniper kaputt. Nein, ich streamen nicht. GG, guys. Das klang so panisch. Nee, bei dem Spiel, äh, mach ich's lieber nicht so. Läuft nicht. Läuft nicht, ja. Ja siehste, nur weil wir reingekommen sind, ist das Spiel gewonnen gewesen. Achso, das lag nicht an den LWJGlern, die, äh, im Asophon. Nee, nee, hätte ich den Panzer nicht vernichtet, ne? Hallo Speck, Teddy. Ich bin das Ding, was ich esse, vegane Braunies. Also, was ist jetzt für euch der Plan? Panzerfahren! Ja. Na, oh je выше. Und da wird es holen. Sangre, sagre, sagre, sagre. Sagre, 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 sagre. Hallre, sagre, sagre, sagre. Whoa, okay. Ich bin das Spiel. Das ist unser Gericht. Hö Gericht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017